Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Dienstag, dem 15. November 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1272 und kleine Vorwarnung, diese Episode wurde schon am Mittwochnachmittag aufgezeichnet. Montagnachmittag meinte ich natürlich, aus zeittechnischen Gründen und damit ihr morgen sicherlich eine Episode erhaltet. Die heutigen Themen sind Renault 8 Pro, Sky Deutschland, Ikea, Google Nest Router, Router oder Metaverse und Memoji. Und was hat das Metaverse hier drin zu suchen? Ich weiss es noch nicht. Irgendwie hat sich da was reingeschlichen. Nicht reingeschlichen hat sich mein Testbericht zum Oppo Renault Pro, dem Smartphone, was Oppo Ende August dieses Jahres vorgestellt hat und das ich da in Paris abholen durfte. Seither habe ich das fleissig im Test, habe mich das eine oder andere Mal darüber gewundert, weshalb es so warm geworden ist. Aber ansonsten ist es ein tolles Smartphone. Vor allem wenn man bedenkt, es ist ein Mittelklasse-Smartphone um die 800, 750, 800 Währungseinheiten im Verkauf und wird sicherlich nächstens noch ein bisschen purzeln, das aber doch auch oben mitspielen kann. Sei es von der Verarbeitungsqualität, von der Kamera und anderen Dingen, die da mit drin sind. Also wie gesagt, wer den Testbericht noch nicht gesehen hat, darf den gerne nachlesen. Link ist wie immer in den Shownotes auf daily.geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens direkt zum Anklicken und dann eben Lesen für euch da. Dann habe ich heute Morgen noch eine Neuigkeit von einem Hörer mitbekommen, das anscheinend in Deutschland, Sky Deutschland, und ich hoffe das oder keine Ahnung, wie das da aufgestellt ist, gibt ja auch in Sky Schweiz und irgendwie sonst noch, aber anscheinend soll Sky Deutschland von Pro7 Sat.1 übernommen werden. Wer auch im Gespräch ist anscheinend, ist eins und eins. Auch die hatten schon angekündigt vor kurzem, dass sie da eventuell ein bisschen Geld in den Topf schmeissen würden, um sich den Streaming-Service zu sichern. Ich bin mal gespannt, wer das inschlussendlich erhält und vor allem bin ich gespannt, wie es dann weitergeht und eben ob das einen Einfluss auf Sky Show, wie sie an der Schweiz hat, heisst hat. Und ja, alles andere werden wir sehen. Nicht nur Dirigera ist aktuell in aller Munde von Ikea, was ja jetzt eben dann nächstens auch in der Schweiz aufschlagen wird. Kleine Stimmen oder Stimmen aus dem Hintergrund munkeln da was von in zwei, drei Wochen soll es soweit sein. Wir dürfen gespannt sein. Ne, Ikea hat auch noch ein weiteres Produkt vorgeschlagen. Mein Gott, manchmal ist Reden schwierig. Nachdem ich euch vor einer Weilchen, genauer gesagt, vor über einem Jahr den Ikea vernünftig vorgestellt habe, einen Lüfter, den ihr gebrauchen könnt, um die Zimmerluft besser zu gestalten, da eine bessere, wie sagt man dem, eine angenehmere Luft reinzubringen und den, in Anführungszeichen, Dreck, die Viren etc. rauszufiltern. Und nachdem ich euch im Sommer letzten Jahres den Ikea Starkwind vorgestellt habe, kommt jetzt ein drittes Produkt. Im Gegensatz zum Starkwind, der ja auch unter anderem Anschluss an das smarte Zuhause hat. Ich könnte jetzt sagen, hey, Apples Sprachassistent, starte den Tisch und dann geht das Teil an. Und kann der neue, der ab, oh mein Gott, abdwing, wie er auch immer heissen mag, das nicht. Genau wie der vernünftig ist er eher, in Anführungszeichen, ein einfacher und dummer Lüfter, der eben nicht über Smart Home angesteuert werden kann. Was ihr natürlich machen könnt, ist eine schlaue Ikea, wie heissen die Dinger, Steckdosenvorschalter dazwischen machen und dann ist sie auch wieder schlau. Oder ist das Teil auch wieder schlau. Was ist das neue Gerät? Es ist kompakter als der Vernunftding. Er ist einfacher gestaltet, er ist kleiner gestaltet, ansonsten eigentlich alles gleich. Er ist einfach mobiler. Er reinigt fünfmal die Stunde den Raum, wo er sich drin befindet, in etwa sieben Quadratmetern. Ne, das war eine andere Zahl. Doch, in sieben Quadratmetern soll er damit rund um das Gerät herum reinigen können. Das macht er fünfmal in der Stunde. Man kann ihn aber auch länger platzieren und mehrfach reinigen. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht werde ich mir den mal ein bisschen genauer anschauen. Im Vergleich zu eben dem Vernunftding, welcher ein bisschen grösser war und somit natürlich auch deutlich grössere Räume mitnehmen konnte, ist dieser auch günstiger. Hatte der Vernunftding noch irgendwas um die 60, 70 Währungseinheiten gekostet? Kostet eine kleine, neue, und den Namen muss ich dann fürs Video noch üben, 49,95, zumindest in Schweizer Währung. Ich bin, wie gesagt, gespannt auf das Gerät. Dann gibt es Neuigkeiten. Ich habe euch vor einigen Wochen, das Video dazu werde ich natürlich in den Show Notes verlinken, ein Video gemacht zum neuen Google Nest Wi-Fi Pro. Das ist das neue Routersystem von Google, was aber nicht kompatibel ist mit den alten Geräten. Das muss man immer wissen. Und das soll anscheinend Probleme haben. Ich habe die News gestern schon gelesen, aber dann eigentlich verworfen, weil es in dem Artikel hiess, das taucht vor allem in den Staaten und in Grossbritannien auf. Ich bin dann davon ausgegangen, dass das mit lokalen Problemen in der Region zu tun hat. Aber nee, es soll auch hier in Teilen von Europa zu Problemen kommen, vor allem, wenn man das Ganze mit Glasfaser-Produkten, also mit dem Internet aus Glasfaser nutzt. Und deshalb habe ich jetzt die News doch auch noch mit reingenommen. Wer aber mag, kann sich das Video dazu natürlich gerne anschauen. Ich werde das auch in den Show Notes mit rein verlinken. Und was haben wir da noch? Das Metaverse, was sich reingeschlichen hat, nee, das lassen wir. Genau, im Blog habe ich euch noch ein Video, nee, ein Blog-Post gemacht, wie das ihr Memoji-Sticker versenden könnt. Falls ihr nicht mitbekommen habt, wie man Memoji-Sticker erstellt, das ist darin auch verlinkt. Das habe ich schon länger eingestellt. Jetzt habe ich noch aufgezeigt, für all diejenigen, die es interessiert, eben wie man das Ganze auch versenden kann. Wenn man sie schon erstellt, sollte man sie auch brauchen. Und mehr habe ich aktuell eigentlich nicht für euch. Der Grund, weshalb das Metaverse in den Show Notes aufgetaucht ist, oder hier bei mir in den Sammelnotizen, ist, dass aktuell das Apple VR oder AR Headset wieder total befeuert wird. Laut Analysten soll es ja doch Anfang des nächsten Jahres rauskommen. Irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Währung seiner Händen kosten. Und vielleicht auch noch viele andere Geschichten. M2-Chip soll da mit drin sein und so weiter und so fort. Wir verlassen uns da jetzt mal nicht auf weitere Gerüchte. Aber um dem noch eins aufzupassen, genau, Apple hat neue Mitarbeiter in dem Bereich eingestellt, da, wo andere aktuell abbauen. Aber ich glaube, Apple hat sich da jetzt einfach auch noch ein paar schlaue Köpfe geholt bei Firmen, die gerade diese abgesägt haben. Na dann, wir werden es sehen, wenn es dann soweit ist mit diesem Metaverse, Appleverse oder wie es dann schlussendlich auch immer heissen mag. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Start und einen neuen Tag. Wir hören uns bald wieder. Bis dann, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.